Hallihallo liebe Freunde ich bedanke mich bei meinem guten Freund Norbert Rudolf für dieses Boxing Event am 9.3. in Hamburg Jets gekommen aber leider schaffe ich es nicht weil ich an diesem Tag verhindert wirken einen Auftritt. Natürlich drücke ich euch fest die Daumen und dann stickt in dieser erste Bundesliga Club. Ich freue mich für euch ich hoffe nächstes Mal bin ich dabei ich weiß ja das ist nicht die letzte und ich wünsche euch viel Spaß bis nächstes mal euer Kenneth King Ciao